Das Interesse für Cupcakes zu dekorieren hatte ich in der Mutterschaft. Ich kaufte mir Sachen zusammen und legte einfach mal los. Das Schönste, was ich mitnehme, ist, dass ich kreativ sein kann. Ich arbeite mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Texturen. Sei das mit dem Topping der Buttercream oder auch Rezepte ausprobieren, wo ich dann mal etwas anders mache, wie ich es sonst gemacht habe. Und mal schauen, wie es herauskommt. Geschmack und Aussehen finde ich sehr wichtig. Dass der Kuchen fein ist, aber das Äusserliche spielt auch eine Rolle. Der perfekte Cupcake sollte für mich nicht zu viel Buttercream drauf haben. Es sollte mehr Kuchen haben als Buttercream. Und Glitzer darf auch nie fehlen. Mein Name ist Stefanie Sieber, ich arbeite bei der AKB im Compliance. Und ich dekoriere und bache aus Leidenschaft Cupcakes. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!